Ende des 19. Jahrhunderts gehören die Polarregionen zu den letzten noch unerforschten Gebieten der Erde. Und das aus gutem Grund. Sie zählen zu den lebensfeindlichsten Gegenden. Die Pioniere, die sich dorthin wagen, treibt die Herausforderung, Land zu erobern und die Hoffnung, dort ehrenvoll die Fahne ihres Heimatlandes aufzustellen. Das Kino, das noch in den Kinderschuhen steckt, zeigt bereits fremdartige Bilder dieser extremen Regionen. Die Menschen realisieren, dass sich am Ende der Welt eine Vielzahl neuer Erkenntnisse gewinnen lassen. Dort muss alles erst noch entdeckt und erforscht werden. Aber wie? Wie lässt sich mitten in diesen Eiswüsten Forschung betreiben? Mit welchen Geräten? Mit welchen Schiffen? Und was genau gibt es zu untersuchen? Einer der ersten, der sich dieser schwierigen Herausforderung stellte, war Jean-Baptiste Charcot. Er segelte mit seinem Forscherteam auf dem legendären Schiff Poukouapá in die Polarregionen. In den ersten 30 Jahren des 20. Jahrhunderts führt er die Wissenschaft in bis dahin unerforschte Gebiete, im Norden wie im Süden, und schafft damit die Grundlagen für die Erforschung der Polarregionen. Von den Fortschritten, zu denen er in verschiedenen Bereichen beigetragen hat, Meteorologie, Biologie, Geografie, profitieren Wissenschaftler bis heute. Er lieferte sogar wesentliche Grunddaten zur Untersuchung von Klimaphänomenen, die die Erde heute bedrohen. Ein Leben voller Abenteuer und Entdeckungen, das so vielen anderen Forschern den Weg ebnete. Doch der Pionier der Polarforschung ist eher ein stiller Held, den die Geschichte ein bisschen vergessen hat. Seine unglaublichen Heldentaten sind bis heute relativ unbekannt. Damit die Erinnerung an ihn nicht völlig verblasst, folgen wir den Spuren seiner Expeditionen und teilen seine Entdeckungen. Alle Merkmale der Pflanze sind erkennbar. Wir rekonstruieren das einzigartige Schicksal jenes Mannes, den sie damals den Gentleman der Pole nannten. Die Spuren von Jean-Baptiste Charcot sind eher spärlich. Und diskret, so wie er selbst. Und sie führen oft sehr weit weg. Die Suche beginnt in Island. Dort, wo seine Geschichte im September 1936 zu Ende ging. Ein Stückchen Erde direkt an der Küste ist zur Pilgerstätte für seine Enkelin Anne-Marie Valanchacot geworden. Dieser Ort ruft viele Geschichten wach, schöne und traurige Geschichten. Denn genau hier hat die Purquapa Schiffbruch erlitten, unmittelbar vor dieser Küste. Und das Wetter war damals ganz und gar nicht so wie heute. Es war ein ganz fürchterliches Wetter. Horrible. In einer stürmischen Nacht zerschellte die Purquapa an einem Felsen wenige hundert Meter vor der Westküste Islands. Bis auf den ersten Steuermann überlebt niemand das Schiffsunglück. Eugène Gonidec erreicht als einziger den Strand. Am nächsten Morgen werden mehr als 20 Leichen an Land gespült, die auf diesem Strand aufgereiht wurden. Darunter auch die von Jean-Baptiste Charcot. Leider habe ich ihn nicht gekannt. Er hat wenige Tage vor dem Schiffbruch von meiner Geburt erfahren. Als ich klein war, wurde in der Familie viel über ihn gesprochen. Dein Großvater hat dieses und jenes gemacht. Und so lernte ich ihn nach und nach kennen. Heute kenne ich ihn sehr genau, kenne all seine Facetten. Ich glaube, ich kenne ihn wirklich sehr gut. Aber es fehlt seine physische Präsenz. Ich hätte ihn gerne berühren und umarmen wollen, ihm sagen wollen, dass ich ihn lieb habe. All diese Dinge, die du einem Großvater eben sagst. Die zerklüftete Küste ist nicht nur ein Ort der Erinnerung. Noch immer finden sich auf ihrem Meeresgrund die konkreten Spuren der Tragödie, nämlich die Überreste des Schiffes. Inmitten der Riffe, in 15 Metern Tiefe, ruhen die metallenen Teile des Schiffes. Ein Trümmerhaufen, der wenig über die Katastrophe selbst verrät. Bis auf diese zwei Ankerketten auf dem Meeresboden. Sie zeugen vom letzten Versuch der Besatzung, das Schiff zu stoppen, bevor es an den Felsen zerschellt. Auf den Bauernhöfen an diesem Küstenabschnitt lassen sich weitere Wrackteile finden, die nach dem Schiffbruch eingesammelt wurden. Das hier ist der Mast. Ein Teil vom Mast des Schiffes. Und hier sind noch andere Teile. Die Wrackteile, die aus dem Eis herausragten, wurden damals als Baumaterial verwendet. Zu der Zeit war Holz oder anderes Material nicht einfach verfügbar. Aber in Island wird vor allem an den großen Entdecker erinnert. Jean-Baptiste Jacot hat hier tiefe Spuren hinterlassen. Für einen Kapitän, der lediglich auf der Durchfahrt ins ewige Eis war, eher überraschend. Es ist ein Teil unserer Geschichte. Dieser Kapitän machte regelmäßig Halt in Reykjavik. Wir waren über Jacots Unternehmungen auf dem Laufenden. Er war sehr bekannt in Island und hatte dort auch Freunde. Aber es ist nicht nur das. Er war eine Persönlichkeit, der sein Leben der Wissenschaft widmete. Er liebte den Norden und er liebte das isländische Volk, die Menschen aus dem hohen Norden. Deshalb hatte er auch Freunde hier. Das spürten die Isländer. Er war gebildet, mutig, neugierig. Was willst du da mehr? Und noch hatte er ein Schiff, das Purquapach hieß. Und so lebt Jacot hier als legendärer Held weiter und gibt anderswo Rätsel auf. Wie wurde aus dem Sohn einer Bürgerfamilie, dem die Rolle des Abenteurers kaum vorbestimmt war, ein unerschrockener Forscher? In diesem prächtigen Haus, in einem vornehmen Pariser Vorort, wuchs Jean-Baptiste Jacot auf. Das Haus existiert noch immer und wird von seiner Enkelin Anne-Marie bewohnt. Heute empfängt sie einen amerikanischen Biologen. Marie, good to see you. Ron Levine gehört zu jenen Wissenschaftlern, die für ihre Forschung auf die von Charcot vor einem Jahrhundert gewonnenen Erkenntnisse zurückgreifen. Er ist aus den USA angereist, um die private Umgebung seines großen Vorbildes kennenzulernen. Et voilà. Oh mein, oh mein. C'est beau, hein? Wow. Und das war sein Schreibtisch? Der dort. Fantastisch, wirklich fantastisch. Hier hat er tatsächlich gesessen. Der Raum wurde wie ein Heiligtum in seinem ursprünglichen Zustand erhalten. Eine einzigartige Welt voller Erinnerungen, die seine Liebe zur Literatur, Malerei und Wissenschaft offenbart. In diesem Arbeitszimmer plante er seine Expeditionen, machte sich Gedanken über den Stand der Wissenschaft und verfasste seine Berichte. Es finden sich darin Dokumente, die mit großer Präzision die Routen seiner Expeditionen festhalten. Fantastisch. Und hier haben wir die Charcot-Insel, die hat er entdeckt. Das sind die Gebiete und die Küstenlinien, die Jean-Baptiste und seine Männer kartiert haben. Unter den vielen Schätzen befinden sich auch hunderte Fotos. Sie erzählen von einem Leben, das voll und ganz der Polarforschung gewidmet war. Oh mein Gott. Die Männer der Pogva-Pa. Diese Aufnahmen sind so kostbar. Ein warmer Tag in der Antarktis. Fantastisch. Um den Grund für eine solche Existenz zu begreifen, diesen unglaublichen Drang nach Entdeckungen und Abenteuern, müssen wir in die Kindheit zurückgehen. Und uns einen als Matrosen verkleideten Sechsjährigen vorstellen, der sehr genau weiß, was er mal machen will. Kleiner Jean, willst du wirklich mal Seemann werden? Auf diese Frage, die ihm die Erwachsenen lächelnd stellen, gibt das Kind immer dieselbe Antwort. Warum nicht? Und macht sich daran, sein erstes Boot zu bauen. Eine Seifenkiste, ein Besenstiel, ein Geschirrtuch und ein auf den Rumpf gekritzelter Name. Pourquoi pas? Dass es im Wasserbassin des Elternhauses sofort untergeht, kümmert ihn wenig. Die innere Berufung ist da. Früh, solide und voller Träume. Seine Ideen zu Abenteuern schöpft Jean-Baptiste aus den Geschichten und Bildern der damaligen Zeit. Vor allem aus den Werken von Jules Verne, Reise zum Mittelpunkt der Erde oder die Abenteuer des Kapitän Heteres, die den Leser an den Nordpol entführen. Diese Geschichten bieten ihm nicht nur eine Fluchtmöglichkeit, sondern er findet darin ein Vorbild, mit dem er sich immer mehr identifiziert. Das des Gelehrten und Abenteurers. Er spricht viel von Jules Verne. Chacot wurde 1867 geboren. Damals gab es auch eine große Weltausstellung, bei der die Werke von Jules Verne präsentiert wurden. Sie beschäftigten ihn sein Leben lang. In den Regalen der Poquapas standen seine gesammelten Werke. Die Welt von Jules Verne ist das Meer, und das ist doch die von Chacot. Eine Welt der Freiheit und Entdeckungen. Der kleine Jean wächst heran, und mit ihm diese Welt voller Schiffe, die er in seine Schulbücher zeichnet, und den immer wiederkehrenden Worten, pourquoi pas, warum nicht. Aber als er im Alter von 18 Jahren seinem Vater verkündet, dass er Seemann werden will, trifft ihn die Antwort wie eine kalte Dusche. Nichts da, du wirst Arzt. Der strenge Befehlston ist der von Jean-Martin Chacot, einem berühmten französischen Neurologen. Seine Arbeiten zur Hypnose und Hysterie waren für Sigmund Freud, der kurze Zeit sein Schüler war, ausschlaggebend dafür, die Psychoanalyse zu entwickeln. Chacot beugt sich dem Wunsch des Vaters. Er studiert Medizin, ohne je seine ursprünglichen Ambitionen zu vergessen. Was seine Hefte sehr gut illustrieren. 1895 wird er Arzt, danach Klinikchef, und beginnt eine Karriere als Krebsforscher am Institut Pasteur. Während dieser Zeit beginnt die Polarforschung ohne ihn. 1895 gibt der Internationale Geografische Kongress den Startschuss für die Eroberung der Antarktis. Die Antarktis war das letzte große unbekannte Gebiet unseres Planeten. Und von daher wurde ihrer Erforschung Vorrang eingeräumt. In England und Norwegen verfügten die meisten, die später zu den berühmten Entdeckern dieses heroischen Zeitalters werden sollten, bereits über umfangreiche Fachkenntnisse, die für sie hilfreich waren. Schackleton war zum Beispiel in der Handelsmarine, Scott war in der Royal Navy und Amundsen war ein außerordentlich versierter Seemann. Charcot, mittlerweile verheiratet und ein angesehener Arzt, findet sich mit seinem häuslichen Leben ab und wartet geduldig auf den Sommer, um sich in vertrauten Gewässern der Vergnügungsschiffer zu widmen. Zwar zeichnet er auch weiterhin die schwarz-weiße Flagge mit dem Fragezeichen, aber er ist schon 32 und nichts scheint ihn von seiner gutbürgerlichen Existenz abzubringen. Aber dann segelt er im folgenden Jahr, 1902, in der Nordsee Richtung Fährröer Inseln. Diese zwischen Schottland und Island gelegenen und in Dauernebel gehüllten Inseln sind noch nahezu unbekannt und voller Gefahren für die Schifffahrt. Alle Warnungen ignorierend sticht er mit einem Schoner, den er auf den Namen Purkwa-Pa getauft hat, und ein paar Freunden in See. Zwei Wochen lang segelt er bei heftigem Seegang und kämpft gegen Böen, die das Schiff heftig auf die Seite legen. Und eines Morgens ist endlich Land in Sicht. Das Schauspiel ist grandios, für immer unvergesslich, schreibt er in sein Tagebuch. Vor Ort besichtigt Chaco die Inseln, sammelt Gesteinsproben und führt etliche Kartierungen durch. Dann läuft er wieder aus. Er braucht mit seinem Schoner für 40 Kilometer sechs Wochen. Dabei trotz der Stürmen die sehr viel größeren Booten als seinem Schwierigkeiten bereitet hätten. Eine Leistung, die in die Annalen der Vergnügungsschifffahrt eingeht. Aber die ihn vor allem endlich seinem Wunsch näher bringt, seinen Traum zu verwirklichen. Was ist geschehen? Woher kommt diese plötzliche Entschlossenheit? Seine Kursänderung hat zweifellos damit zu tun, dass wenige Jahre zuvor sein Vater Jean-Martin Charcot gestorben war. Es war grausam für mich, in diesem Milieu weiter zu arbeiten, das er wie ein Leuchtturm überstrahlte. Diesen Weg weiter zu gehen, den er nicht mehr beleuchten konnte. Sein Tod war ein solcher Schock für mich. Alles stürzte zusammen. Und gleichzeitig trat ein neues Ich hervor. Das eines Mannes, der kein Vatersöhnchen, sondern der Sohn seines Vaters sein wollte. Für Jean-Baptiste war Dr. Charcot immer sein Vater, Jean-Martin. Es gibt keine zwei Doktores Charcot. Ihm wurde klar, dass er eine blasse Figur als Dr. Charcot abgäbe. Also will Jean-Baptiste auf einem anderen Gebiet glänzen. Und das sind die Meere, von Nord bis Süd, in die er immer weiter vordringt, bis hin zu den Polarregionen. Im Pariser Marineministerium ist die Leistung dieses überaus couragierten Seemannes nicht unbemerkt geblieben. Es wird beschlossen, ihm eine richtige wissenschaftliche Mission anzuvertrauen. Erneut geht es zu den Verröhren, aber auch nach Island und auf die Insel Jan Main, jenseits des arktischen Polarkreises. Zum ersten Mal stößt er auf Eis. Das ist die wunderbarste Reise, die ich machen konnte. Und sie entschied über den Rest meines Lebens. Eine neue, gefährliche, geheimnisvolle Welt, auf die ich mich mit Leib und Seele stürzte. Die Ziele sind neu abgesteckt. Segeln, forschen, die kalten Regionen erkunden, Wissenschaft und Abenteuer so vereinen, wie es die Helden von Jules Verne tun. Und es ist höchste Zeit, sich ans Werk zu machen. Denn es beginnt die Zeit der Expeditionen. Der Deutsche von Drügalski, der Norweger Amundsen, der Schwede Norden Schöld, der Schotte Bruce, die Engländer Scott und Shackleton. 1901 und 1902 nehmen nicht weniger als sechs Expeditionen die Eroberung des antarktischen Kontinents in Angriff. Alle wollen diese Terra Incognita entdecken und ihren Namen auf einer Karte hinterlassen, die noch nahezu unberührt ist. Nach menschlichem Maßstab wurde der antarktische Kontinent erst vor sehr kurzer Zeit entdeckt. Auf französischer Seite entdeckte Jules Dumont-Durville das Adélie-Land. Das war 1840. Nach menschlichem Maßstab war das gestern. Die Antarktis war also der letzte noch völlig unbekannte Ort auf der Erde. So unbekannt, dass immer noch keiner weiß, ob es wirklich ein Kontinent oder eine Ansammlung von Inseln ist, die vom Eis umschlossen sind. Alles muss entdeckt werden. Doch Charcot beschließt zunächst, seine Arktis-Erkundung zu verlängern. Er plant eine sechsmonatige Forschungsreise durch das europäische Nordmeer und beginnt mit dem Bau eines Schiffes, das für die Schifffahrt im Eis geeignet ist. Aber er kann den Wettlauf, der sich im Süden abspielt, nicht mehr lange ignorieren. Weder die Unbekanntheit der dortigen Regionen, noch die Dramen, die sich abzeichnen. So wird schon seit über einem Jahr die Rückkehr des Schweden Norden-Schöld und seiner Antarktik erwartet. Charcot ändert seine Pläne und beschließt, eine Rettungsexpedition in die Antarktis zu unternehmen. Das bietet ihm Gelegenheit, den schwedischen Seefahrer bei seinen Forschungen zu unterstützen, aber natürlich auch auf eigene Faust die geheimnisvollen Südpolargebiete zu erkunden. Um wissenschaftliche Beobachtungen machen zu können, die bis dahin nicht durchgeführt werden konnten, entschließt er sich sogar zu einer Überwinterung. Das war ganz und gar nicht einfach, denn die erste Expedition, die in Novaya Zemlya in der Arktis stattfinden sollte, war für zwei bis drei Monate angesetzt. Eine Antarktis-Expedition damals dauerte um die 24 Monate, mit einer Überwinterung. Würden die Männer, die ihm für die erste Mission zugesagt hatten, auch in die zweite einwilligen? Aber Charcot hatte eine besondere Ausstrahlungskraft und so waren sie bereit, ihm zu folgen. Fast alle haben sie eingewilligt. Doch was die Finanzierung angeht, da liegen die Dinge schwieriger. Denn Frankreich interessiert sich seit der Expedition von Dumont-Durville 1842, der zum magnetischen Südpol aufgebrochen war, kaum noch für die Pole. Es ist die Zeit der Eroberung neuer tropischer Gebiete, die in die Kolonien eingegliedert werden können. Während die Regierungen der anderen Nationen ihre Polarforscher großzügig finanzieren, muss Charcot fast alle Mittel allein aufbringen. Er setzt alle Hebel in Bewegung, hält Vorträge und versucht das Interesse seiner Mitbürger zu wecken, ohne jedoch die erforderliche Summe zusammenzubekommen. Es brauchte wirklich viel persönlichen Willen und Selbstlosigkeit, um diese erste Expedition mit recht geringen Mitteln auf die Beine zu stellen. Glücklicherweise konnte Charcot für die erste Expedition auf das Familienvermögen zurückgreifen. Aber endgültig gesichert war die Finanzierung erst nach einer Spendensammlung unter den Lesern der Zeitung Le Matin. Geschafft! Zum Dank für diese Mobilisierung der Bürger nennt Charcot sein Schiff Bleu Francais. Am 15. August 1903 verlassen Charcot und seine Besatzung Le Havre und nehmen Kurs auf den Südpol. Das Schiff segelt drei Monate über den Atlantik, bevor es die Küste des amerikanischen Kontinents erreicht und in Buenos Aires einen Zwischenstopp einlegt. Dort trifft Charcot, was für ein Zufall, auf den Schweden Nordenschöld, von dem jede Nachricht gefehlt hatte und der inzwischen mit seinen Männern von einem argentinischen Schiff gerettet werden konnte. Der Polarforscher berichtet ihm, wie sein Schiff im Packeis stecken geblieben war und ihn zu einer zweiten Überwinterung zwang. Unter schwierigsten Bedingungen und mit leidvollen Erfahrungen. Mit diesen besorgniserregenden Berichten im Gepäck macht Charcot klar zum Ablegen in die unwegsamste Region des Planeten. Die Engländer hatten sich dem geheimnisvollen Kontinent bereits von der Viktorialandseite genähert und die Schotten und Schweden über das Wedelmeer. Ziel der Franzosen ist es, die westliche Küste der antarktischen Halbinsel zu erkunden. Es beginnt eine Irrfahrt durch die driftenden Eisberge. Es ist so schön, dass ich mich immerzu frage, ob ich träume. Es ist, als wären es die Ruinen einer riesigen und wunderschönen Stadt aus dem reinsten Marmor, überragt von einer unendlichen Zahl von Amphitheatern und Tempeln, welche von mächtigen und göttlichen Architekten erbaut wurden. Doch sehr schnell weicht die Faszination der Angst und schließlich dem Schrecken. Es ist unnötig, weiterzukämpfen. Unsere Situation ist kritisch, denn eingeklemmt zwischen dem Land und einem Eisberg haben wir kaum Platz zum Wenden. Zurücksetzen. Ein zögerlicher Moment kann uns das Leben kosten. Langsam gleitet der große Felsen aus Eis, der bedrohlich vor uns liegt, vor den Bug spriet und ist kaum noch einen Meter entfernt. Heute wird die Antarktis-Route regelmäßig für die Versorgung der Basislager auf dem antarktischen Festland befahren. Die Astrolabe, ein französisches Forschungsschiff auf dem Weg zur Station du Mont d'Urville, fährt seit 30 Jahren in diesen gefährlichen Gewässern. Ihr Kapitän ist es gewohnt, sich einen Weg durchs Eis zu bahnen. Das war schon eine besondere Leistung damals. Das waren Abenteurer, wie es sie heute nicht mehr gibt. Sie wussten nicht, wie ein Schiff bei Eisgang zu navigieren ist. Sie entdeckten alles neu. Sie hatten nur Geräte für die visuelle Beobachtung und warteten, dass sich die Wetterlage änderte, dass sich Löcher auftaten. Mehr Eis verdichtet und weitet sich kontinuierlich. Und die Momente der Ausdehnung müssen genutzt werden, um durchzufahren. Das war damals quasi ein Blindflug. Auf Biegen und Brechen einfach geradeaus. Aber das Schiff, egal wie solide es ist, kann vom Druck des Eises zerquetscht werden. Das war das reinste Glücksspiel. Charcot's Ziel? So weit südlich wie möglich einen Platz zum Überwintern finden. Er trifft auf Pack-Eis und muss umkehren. Ein heftiger Sturm braut sich zusammen und droht ihn vom Kurs abzubringen. Wenn es etwas gibt, das du aus der Praxis lernst und nicht aus einem Buch, dann ist es die Polarschifffahrt. Wir verfügen heute über Satellitenbilder. Wir fahren nicht mehr auf gut Glück durchs Eis. Es gibt ausgeklügelte Strategien. Auch wir mussten schon mit diesem Schiff schwierige Situationen meistern. Aber das ist in keiner Weise vergleichbar mit dem, was die Seeleute damals durchmachten. Ein Matrose am Steuerrad leidet so sehr, dass er vor Schmerzen weint und wütend auf seine armen, steifen Hände schlägt und mit den vor Kälte starren Füßen stampft. Ich stelle mich an seine Seite und nehme ab und zu das Steuerrad in die Hand, um ihm das süßeste Vergnügen zuteil werden zu lassen. Die Hände für wenige Augenblicke in die Tasche stecken zu können. Es ist schwer vorstellbar, das Schiff auf dem Deck zu steuern, mit dem Wind, der Kälte und der ständigen Feuchtigkeit. Die Schiffsbekleidung war extrem einfach und die Angst war ständig da. Charcot und die anderen waren Leute, die es verstanden, ihre Männer mit großem Charisma anzuführen und Schmerz und Leid mit ihnen zu teilen. Am Fuße einer kleinen, schroffen Insel entdeckt Charcot schließlich eine Bucht, in der sie überwintern könnten. Er nennt sie Port Charcot. Der ehemalige Arzt und nunmehrige Polarforscher verwirklicht endlich seinen Kindheitstraum. Abenteuer und wissenschaftliche Forschung miteinander zu vereinen. Zusammen mit den mitgereisten Wissenschaftlern erprobt Charcot nun verschiedene Instrumente und Messmethoden. Ziel ist es, so viele Informationen wie nur möglich über eine noch völlig unentdeckte Umgebung zu sammeln. Von den meteorologischen Schwankungen bis hin zur Vielfalt mineralischer und organischer Formen. Mit seiner Plattenkamera hält Paul Plenot unermüdlich jeden Arbeitsschritt dieser Pioniere der Polarforschung fest. Eines Tages erklärt ein Matrose, ich verstehe noch nicht so recht, wozu die Wissenschaft gut ist. Aber das muss wirklich schön sein, wenn die Leute bereit sind, das alles zu tun. Und ich bin stolz, dazu beizutragen. Die allgemeine Begeisterung lässt die lebensfeindlichen Bedingungen beinahe in Vergessenheit geraten. Beim ersten Wind aus Nordost prallen riesige Eisbrocken auf das Schiff und drohen den Rumpf zu zerbersten. Sie müssen von Hand weggeschoben werden, immer und immer wieder, während der gesamten Überwinterung. Der Angriff des Eises ist manchmal so heftig, dass Charcot mehrmals die Evakuierung des Schiffes plant, um an Land zu flüchten. Ab Ende Juni setzt sich der Südwinter vollständig fest. Die Kälte setzt ein und macht die Beobachtungen schwierig, langsam und schmerzhaft. Im Juli verirren sich vier Seeleute im nächtlichen Nebel. Sie werden mit knapper Not gefunden, halb erfroren, erschöpft, fast tot. Und dann erkrankt einer der Wissenschaftler schwer. Charcot beginnt zu zweifeln. Er fühlt sich für diese Leben, die er aufs Spiel setzt, verantwortlich. Waren es nicht doch zu persönliche Beweggründe, Enttäuschung, Hochmut, Ehrgeiz, die mich in dieses Abenteuer getrieben haben? Dann besinnt er sich und denkt an die Mission, in die er so viel investiert hat. Nein, unser Vorhaben ist groß und schön und ehrt die Männer, die es unternehmen, ebenso wie die Länder, die sie losschicken. Sollte es geschehen, dass es Opfer gibt, werden wir sie beweinen, aber sie werden auf dem schönsten Feld der Ehre gefallen sein. An Schlachten fehlt es nicht, noch an Gelegenheiten zu fallen. Charcot will immer weiter. Er organisiert Expeditionen im Beiboot zu anderen Inseln. Manchmal müssen sie bis an den Gürtel ins eisige Wasser steigen, um das Boot aus einem Labyrinth aus Eisbrocken herauszuziehen. Sie verbringen mehrere Tage in einem Zelt, versuchen Wind und Kälte zu trotzen. Aber selbst nach neun Monaten Überwinterung ist die Besatzung vollständig und in relativ guter Verfassung. Das Abenteuer ist längst nicht zu Ende. Von nun an setzt die Sommer-Expedition die Erkundung Richtung Süden fort. Das Schiff wagt sich zwischen riesigen Packeisplatten und treibenden Eisbergen hindurch. Am 8. Januar 1904 schrammt es mit knapper Not an zwei dieser Eismassen vorbei, während es sich durch einen Korridor schlängelt, der kaum breiter ist als das Schiff selbst. Am 15. sichten sie Land, das auf keiner Karte verzeichnet ist. Aus dem Wasser ragen beeindruckende Gipfel auf. Sie nähern sich, aufgeregt angesichts einer solchen Entdeckung. Und plötzlich … Ein schrecklicher Aufprall. Die Francais richtet sich fast senkrecht auf und fällt wieder zurück. Sie sind auf einen Felsen gelaufen. Wasser dringt massiv ein und überflutet den vorderen Teil des Schiffes. Sie müssen von Hand pumpen, denn die Maschine, die das sonst übernimmt, funktioniert nicht mehr, während der Zimmermann im eiskalten Wasser versucht, von innen zu kalfatern. Nun geht es darum, schnellstmöglich einen Platz zum Anlegen zu finden, um das Schiff reparieren zu können. Die Weiterfahrt der Francais Richtung Norden ist überaus beschwerlich. Zehn Tage lang müssen sie ständig abpumpen, bei hochgehender See und mit dem Wissen, dass jeder weitere Schaden fatal sein könnte. Endlich finden sie eine Stelle zum Anlegen und schaffen es, das Loch im Rumpf abzudichten. Es war allerhöchste Zeit. Die Männer sind mit ihren Kräften am Ende. Der Abschied von der Antarktis vollzieht sich ohne Ruhm. Sie nehmen Kurs auf den ersten Hafen in Patagonien, wo sie umfangreichere Reparaturen vornehmen können. Aber die Schäden sind zu groß. Die Francais ist nicht mehr zu reparieren. Das Abenteuer endet hier. Charcot und seine Crew sind gezwungen, nach Frankreich zurückzukehren. Auf einem Passagierschiff. Zwar sind alle gesund zurückgekehrt und offiziell werden sie zum Erfolg der Expedition beglückwünscht. Aber für Charcot haben sich längst nicht alle Erwartungen erfüllt. Er hat kein Schiff mehr. Und kein Geld, um ein neues zu bauen. Und er hat Mühe, andere vom Erfolg seiner Expedition zu überzeugen. Es gab keine wirkliche Landeroberung, keine bahnbrechende Entdeckung, die öffentlich gemacht werden konnte. Aber 75 Kisten mit Beobachtungsdaten und Proben werden dem Naturhistorischen Museum in Paris übergeben. Das Jahre brauchen wird, das Material auszuwerten. Die Frage, die ihm daher bei jeder Gelegenheit gestellt wird, lautet, warum muss jemand in die Antarktis fahren? Wenn ich so viele tausend Franscheine hätte, wie ich diese Frage gehört habe, hätte ich wohl kaum Mühe, eine Expedition zu unternehmen. Und wir wären schon startbereit. Denn natürlich beabsichtigt Charcot, eine zweite Forschungsreise zu organisieren. Doch hierfür muss er von der wissenschaftlichen Notwendigkeit eines solchen Unterfangens überzeugen. Die Antwort steht in einer kleinen Fachschrift, die Charcot 1907 veröffentlicht und die die wichtige Rolle der Antarktisforschung für die Wissenschaft betont. Das Außergewöhnliche an diesem Dokument ist, Charcot hebt ein wichtiges Argument hervor, nämlich dass die Erforschung der Antarktis Einfluss auf unser Wissen über den Planeten im Allgemeinen hat. Ob im Hinblick auf die Fauna oder Flora, um in den Bereich der Biologie zu gehen, aber auch im Hinblick auf die Wettervorhersage, den Erdmagnetismus, die Seismologie. Die Messungen würden verständlich machen, wie alles auf globaler Ebene miteinander zusammenhängt. Charcot hatte schon damals alle wichtigen Forschungsthemen erkannt, die noch heute Gegenstand von Untersuchungen sind. Es gibt erstaunliche Dinge, darunter die Feststellung, dass je weiter sie nach Süden gehen, desto geringer wird der Kohlendioxid-Gehalt in der Atmosphäre. Und er hebt hervor, dass das Südpolarmeer eine Art Auffangbecken für Kohlendioxid sei, was heute eine wesentliche Rolle für die Regulierung der Treibhausgase spielt. Bis dahin war die Antarktis unendlich weit weg von den Menschen. Mit Charcot wird sie zum möglichen Schlüssel für die ungelösten Fragen unseres Planeten. Er macht seine Forschungsreisen zur wissenschaftlichen Notwendigkeit. Die Botschaft wird gehört. Im Parlament und in diversen Wissenschaftseinrichtungen wird alles unternommen, um die Expedition zu finanzieren. Charcot kann sein Projekt durchführen und ein Schiff bauen, das der bevorstehenden Herausforderung standhält. Hierfür wendet er sich an einen alten Bekannten. François Gauthier aus Saint-Malo, auch Père Gauthier genannt, der schon die Francais gebaut hatte. Dessen Urenkel, Alain Marie Gauthier, hat sich die Liebe zum Meer bewahrt. Vor allem aber besitzt er noch immer eine Vielzahl von Dokumenten, die von der Entstehung dieses legendären Schiffs zeugen. Die Werften von François Gauthier waren weithin bekannt. Charcot hörte davon und kam auf meinen Urgroßvater zu. Und die beiden verstanden sich prächtig. Der Schiffsbauer hat sich vor allem mit dem Bau sogenannter Terre-Neuva-Schiffe einen Namen gemacht. Das sind widerstandsfähige drei Mastbarken, die bei jedem Wetter manövrierfähig sind und für den Stockfischfang in den eisigen und unruhigen Gewässern des Nordatlantiks entwickelt wurden. Die Porcois-Pas ist eine Art Super Terre-Neuva. Das verwendete Holz der Porcois-Pas ist viel solider, die spannte Dicke, die Abstände viel enger. Das sind Originalpläne. Gut zu erkennen ist der abgerundete Bereich vorne, um aufs Eis fahren zu können, und Verstärkungen hier im Innern. Mit Bleistift ist hier ein verstärkter Rand eingezeichnet, um das Schiff in Höhe der Wasserlinie zu verstärken. Charcot legte auch viel Wert auf das Schiffsinnere, damit für die Wissenschaftler und die Seeleute alles bestmöglich ausgestattet und so komfortabel wie möglich sei. Auf diesem Plan sehen wir den Standort der Kajüten, einen Waschraum, Toiletten. Der Komfort des Schiffs war auch für die damalige Zeit sehr hoch. Eine Terre-Neuva hatte sonst keinen Waschraum. Das ist der Aufenthaltsraum. Da die Kombüsen. Die Kajüten der Wissenschaftler. Charcot's Salon, seine Kajüte, die Labors, die Dunkelkammer. Charcot hatte nicht viel Geld. Und ich weiß auch, dass mein Urgroßvater für die Poquapas nur den Preis für das Holz erhalten hat. Ich sehe François vor mir, wie er zu Charcot sagt. Machen Sie sich keine Sorgen, Sie können mich später bezahlen. Sie hatten alle beide Lust, ein Schiff für Frankreich zu bauen, weil Charcot nicht sehr glücklich darüber war, dass die anderen Nationen an die Pole fuhren und Frankreich nichts unternahm. Die Poquapas wird am 18. Mai 1908 mit großem Pomp eingeweiht. Mit dabei sind Mitglieder der Regierung, Honorationen der Region, Verwandte, Familienangehörige. Und Marguerite, Charcot's Frau, die das Schiff tauft. Wenige Monate später wird die Poquapas in Le Havre beladen. 250 Tonnen Kohle, 100 Tonnen Lebensmittel und anderes Material und eine Bibliothek mit 1500 Büchern. Dieses Mal will Charcot die größtmögliche wissenschaftliche Ausbeute erlangen und die Grenzen der Widerstandsfähigkeit von Schiff und Mensch weiter ausloten. Alle wissen das. Dennoch willigen Achtseeleute, die schon auf der Francais dabei waren, sofort in dieses neue Abenteuer ein. Die besten Wissenschaftler der damaligen Zeit werden angeheuert. Einige auf dem Sprung in eine große Karriere, wie der Meteorologe Jules Rouge oder der Naturforscher Louis Gain. Die Expedition von Dr. Charcot ist ein nationales Ereignis, aber auch ein Anlass zur Freude und des Stolzes für die Bevölkerung. Durch ihn lässt sich das Land erneut auf das große Abenteuer der Pole ein, das seit knapp einem Jahrhundert aufgegeben worden war. Alle winken sich zu, wünschen sich Glück, sagen, bis in zwei Jahren, wenn alles gut läuft. Und dann verlässt das große weiße Schiff den Hafen unter den Horas der Menschen. Applaus Musik Ende September kommt das Schiff den Hafen. Schiff überall dort vorbei, wo bereits die erste Expedition entlang führte. Mount Francais, Port Lockroy, die Boatinsel, wo das Schiff überwintert hatte. Wehmut kommt auf. Doch diese wird durch die Aussicht auf die bevorstehende Erkundung Richtung Süden schnell vertrieben. Was befindet sich jenseits der schon besuchten Gegenden? Am 4. Januar geht die Pukwapa in einer kleinen Bucht vor Anker, die den Namen Port Circumcision erhält. Charcot und zwei seiner Begleiter beschließen, die Gegend zu erkunden, um eine Passage durch das Eis zu finden. Sie nehmen nur ein paar Lebensmittel und keine Wechselkleidung mit. Sie wollen nur wenige Stunden wegbleiben. Doch das Boot wird im Eis eingeschlossen. Der Rückweg ist versperrt. Die drei Männer versuchen, sich einen Weg durch die Eisschollen aufs offene Wasser zu bahnen. Der verzweifelte Kampf dauert drei Tage und Nächte, ohne Pause, um nicht vom Schlaf übermannt zu werden. Sie beschließen, zu Fuß weiterzugehen. Plötzlich nehmen wir deutlich das langgezogene und wohlbekannte Geräusch des Schiffshorns wahr und erkennen bald Rumpf und Masten der Pukwapa. Niemals werde ich dieses bewegende Schauspiel in der trostlosen Umgebung vergessen. Es ist eine harte Lektion, aber auch ein Gradmesser für die Gefahr, die zu jedem Zeitpunkt lauert. Das Schiff fährt weiter. Charcot steuert es selbst aus dem Krähennest heraus. Die Pukwapa bahnt sich Meter für Meter durchs Eis, umfährt die größten Eisblöcke und dringt in Gebiete vor, die noch kein Schiff vor ihr passiert hat. Charcot sammelt die ersten Informationen über diese nicht kartierten Gebiete. Für die Überwinterung kehren sie nach Port Circumcision zurück. Der geschützte Hafen erweist sich als ausgezeichneter Beobachtungsposten. Und das dortige Relief eignet sich gut, um die verschiedenen wissenschaftlichen Apparate des Forscherteams aufzubauen. Sunouk errichtet ein Häuschen für seine Aufzeichnungsgeräte des Erdmagnetfeldes. Borgrain baut Hütten für seinen Seismografen und sein Fernrohr. Rouge errichtet Posten zur Wetterbeobachtung. Die große Innovation, die verschiedenen Hütten für wissenschaftliche Beobachtungen, werden alle vom Schiff aus mit Strom versorgt, was das Ablesen von Messwerten in der Polarnacht erleichtert. Das waren wirklich Pioniere. Die meisten Geräte wurden zum ersten Mal getestet. Das war schon ziemlich irre, was sie da machten, wenn wir bedenken, welche Mittel ihnen zur Verfügung standen. Wir haben diese Improvisationsgabe nicht mehr. Sie waren unglaublich erfinderisch, weil sie gar keine andere Wahl hatten. Den Wissenschaftlern der Pocoapa liegt eine Welt zu Füßen, die es zu erkunden gilt, bis hin zu Sondierungen der größeren Höhen mit Wetterballons. Nie wurde in der Antarktis an einem Ort eine solche Vielfalt wissenschaftlicher Daten zusammengetragen. Charcot wusste, dass er in unbekanntes Terrain vordrang, in Gegenden, über die noch keinerlei Daten existierten. Er wollte also ein Maximum an allen erdenklichen Daten sammeln. Dem ging es damals nicht primär darum, der Klimaforschung oder der Biologie zu dienen, sondern einfach zu entdecken und den Anstoß zu Forschungen in alle möglichen Richtungen zu geben. Diese Neugier hat die Grundlage für die Polarforschung geschaffen. Dies gilt auch für die Beobachtungen eines in der Region sehr charakteristischen Tieres, des Pinguins. Die Pinguine sind eine unerschöpfliche Quelle der Erheiterung für die Besatzung. Aber darüber hinaus sind sie ein breites Untersuchungsfeld für den Zoologen Louis Gain, der ihnen auflauert, sie filmt und zählt. Diese sorgfältig notierten Beobachtungen aus dem Jahre 1908 interessieren noch heute den US-Wissenschaftler Ron Levine, der auf die Pinguinkolonien der antarktischen Halbinsel spezialisiert ist. Die Pinguine liefern uns Menschen tatsächlich Informationen darüber, wie sich der Planet verändert. Seit über 30 Jahren fahre ich jedes Jahr in die Antarktis in die Nähe von Port Circumcision, wo Charcos Schiff, die Poquapa, vor Anker lag. Der Kernpunkt unserer Arbeit besteht darin, die Nester und die Küken ganz systematisch zu zählen. Entscheidend für diese Arbeit ist es, frühere Daten zu haben, um den Stand von damals mit dem heutigen vergleichen zu können. Das beste Beispiel dafür ist die Petermann-Insel, wo Charcot 1909 überwintert hat. Denn er und sein Team und besonders Louis Gain, der die Pinguine zählte, interessierten sich sehr für die kleinen Tiere, die sich in der Umgebung ihres Lagers tummelten. Die Esels-Pinguine und die Adélie-Pinguine. Niemand hatte sie bislang erforscht. In diesem Gebiet gab es Unmengen von Adélie-Pinguinen, die 1909 dort genistet haben. Was uns am Ergebnis unserer Arbeit schockiert hat, ist zu sehen, wie sich das verändert hat. 1909 gab es hier ca. 900 Adélie-Pinguin-Nester. Jetzt, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, sind es weniger als 300 Nester. Das ist ein erschreckender Rückgang. Gleichzeitig ist die Zahl der Nester der Esels-Pinguine enorm gestiegen, von 56 auf über 2300. Was geschieht in der Antarktis? Was ist die Ursache für die großen Schwankungen der verschiedenen Pinguin-Populationen? Ich vermute, das hat partiell damit zu tun, dass sie ihre bevorzugte Nahrung nicht mehr finden können. Bei den Adélie-Pinguinen ist es der Krill, diese kleinen Garnelen-ähnlichen Tiere. Es besteht eindeutig ein Zusammenhang zwischen dem rapiden und tiefgreifenden Klimawandel in der Antarktis und dieser Veränderung der Pinguin-Population. Die Antarktis erwärmt sich schneller als jede andere Region der Erde, abgesehen von der Arktis. In 60 Jahren, und wir haben alle Temperaturmessungen, hat sich der westliche Teil der antarktischen Halbinsel, wo ich arbeite, im Jahresmittel um drei Grad Celsius erwärmt. Das ist eine enorme Veränderung. Innerhalb eines Jahrhunderts hat sich die antarktische Umwelt verändert, vermutlich unter dem Einfluss der Klimaerwärmung. Die historischen Beobachtungen von Louis Garn sind hierfür ein wichtiger Gradmesser. Aber für Charcot und sein Forscherteam ist dieses Land damals noch ein Ort voller wunderbarer Entdeckungen und harter Prüfungen. So etwa die anstehende Überwinterung. Dieses Mal wissen sie jedoch, worauf sie sich gefasst machen müssen. Während die Welt rundherum nach und nach im Haltdunkel versinkt, klassifizieren sie die gesammelten Proben, verpacken die Funde für spätere Untersuchungen und verfassen erste Berichte. Heftige Stürme brosen unablässig über sie hinweg und verlangen den Wissenschaftlern einiges ab, wenn sie ihre Messungen ablesen wollen. Und wieder machen ihnen Krankheiten zu schaffen. Charcot erkrankt zweimal schwer, vermutlich ans Korbut. Obwohl er sich kaum auf den Beinen halten kann, lässt er sich nichts anmerken und ermuntert die Crew, sich nicht herunterziehen zu lassen. Die Rückkehr der Vögel kündigt schließlich das Ende der Überwinterung an. Charcot kommt wieder zu Kräften. Im November 1909 befreien sie das Schiff mühsam von allem Eis und stechen wieder in See. Die Route führt an der Adelaide-Insel entlang. Die Schiff mühsamen, die den äußersten Punkt der ersten Expedition markierte. Etwas weiter kommt die Alexander der Erste Insel in Sicht. Am 11. Januar überqueren sie den am weitesten jemals erreichten Breitengrad. Der Himmel ist verhangen. Plötzlich jedoch … Aus dem Ausguck erspähe ich im Südosten etwas Seltsames. Ist es ein Eisberg? Oder etwas anderes, das ich noch nicht zu formulieren wage? Um die Mittagszeit klart der Himmel endlich wieder auf. Ich blicke ängstlich in die Ferne, bis ich mir sicher bin. Land in Sicht. Neues Land. Deutlich, mit bloßem Auge zu sehen. Land, das uns gehört. Wir haben Monate mit Warten verbracht, erfüllt von der Sorge des Misserfolgs, um diese zwei Worte wirklich zu begreifen, die ich leise vor mich hin sage. Neues Land. Charcot tauft das Charcot-Land. Nicht nach ihm selbst, sondern zu Ehren seines Vaters. Und um ihm zu zeigen, über das Leben hinaus, dass er Jean-Baptiste gut daran getan hatte, hartnäckig zu bleiben. Es zeigte sich, dass dieses Charcot-Land, das während der Expedition entdeckt und 1910 bekannt wurde, eine Insel war. Die drei Gipfel des Charcot-Landes benannte er nach seinen drei Töchtern, Monique, Martin und Marion. Charcot zieht es weiter und er biegt nach Westen in völlig unbekannte Gewässer ab. Er ist nicht zu stoppen. Ich fühle mich wie von einem unsichtbaren Strom in ein schwarzes Loch gezogen, ohne zu wissen, wie es endet. Ich brülle Befehle ins Sprachrohr, die sich widersprechen. Nebel von Eisbergen kommen in Sicht, immer wieder. Wir wissen nicht einmal, ob sich vor uns eine Passage öffnet. Die kleinste Fehleinschätzung kann unsere Fahrt in eine Katastrophe verwandeln. Die Reise führt am Packeis entlang und fordert die letzten Kräfte seiner Besatzung. Auch die Kohlevorräte gehen zur Neige. Am 22. Januar 1910 tauft Charcot noch ein Stück mehr nach seinem Schiff und gibt dann das Signal für die Rückkehr. Hier auf dieser Karte sehen wir die Küsten, die von Jean-Baptiste Charcot bei seinen beiden Expeditionen gesichtet, vermessen und kartiert wurden. 2000 Kilometer bei der ersten und mehr als 3500 Kilometer bei der zweiten Expedition. Zu diesen Vermessungsarbeiten kam die Toponymie hinzu. Das heißt, das Benennen von Buchten, Kaps, Häfen, Gipfeln und Bergspitzen und allen geografischen Gebilden, die entdeckt worden waren. Der Nutzen für die Polarschifffahrt ist beträchtlich. Künftige Expeditionen verfügen von nun an über eine Fülle an Informationen über den Verlauf der Küstenlinien, die Meerestiefe, die Ankerplätze. Charcot ist wahrhaftig neue Wege gegangen. Unvorstellbar weitreichende neue Wege. Dieses Mal kehrt er an Bord seines Schiffes zurück. In Rouen empfängt ihn eine riesige Menschenmenge. Und eine ganze Kohorte von Politikern, die sich darum streitet, ihn begrüßen zu dürfen. Die Helden der Porcois-Pas werden mit Rom überschüttet. Sie erhalten die Goldmedaillen fast aller geografischen Institute der Welt. Aber für Charcot kommt die höchste Würdigung wohl aus England. Er und die Arbeit seiner Expedition wurden gewürdigt durch die Verleihung der Patron's Gold Medal der Royal Geographical Society. Und ich weiß, dass Charcot sich sehr geehrt fühlte, dass ihm diese Auszeichnung verliehen wurde. Aber ganz besonders berührt hat ihn, dass sie ihm von Sir Ernest Shackleton überreicht wurde. Doch was genau befand sich im Frachtraum der Porcois-Pas? Worin bestanden die gesammelten Proben? Welchen Nutzen hatte eine solche Expedition für die Wissenschaft? Im Naturhistorischen Museum von Paris genügt ein Abstecher ins Lager der mineralogischen Sammlungen, um gleich auf die Schubladen mit dem Namen Charcot zu stoßen. Hier haben wir ungefähr 30 Schubladen mit Proben, die Monsieur Charcot aus der Antarktis mitgebracht hat. Eine einzigartige Sammlung. Für jede einzelne Probe haben wir eine sehr vollständige Beschreibung. Es ist geradezu eine Schatzkiste. Alle Objekte hier haben eine enorme Bedeutung, die über das Wissenschaftliche hinausgeht. Das ist ein Stück Geschichte. Die Forscher sind mit sehr begrenzten Mitteln losgezogen. Sie aßen Seehunde, um Steine sammeln zu können. Vielleicht bin ich zu romantisch. Aber jedes Mal, wenn ich eine Probe aus einer Charcot-Expedition in der Hand halte, bin ich sehr gerührt. Diese Steine haben die Identifizierung spezieller geologischer Formationen sowie die ersten Klassifizierungen von Mineralien aus der Antarktis ermöglicht. Aber auch in der Botanik sind die Beiträge sehr bedeutsam. Das Herbarium des Naturhistorischen Museums von Paris umfasst knapp 10 Millionen Exemplare und ist damit die größte Sammlung weltweit. Ein gigantischer Querschnitt der Pflanzenwelt, auf die Forscher immer wieder zurückgreifen, um die Merkmale bestimmter Arten zu präzisieren. Charcot hat seine Sammlungen dem Museum übergeben. Diese Sammlungen beinhalten Mose, Algen und Flechten. Und ich als Forscher möchte diese in der Antarktis gesammelten Exemplare neu unter die Lupe nehmen. Ich glaube, du wirst dich freuen. Was hast du gefunden? Den Turqueti. Die Biologin Lien Le Gall befasst sich damit, wie die von Charcot mitgebrachten Proben untersucht und bestimmt wurden und wie gut sie noch erhalten sind. Diese Bögen sind wunderschön. Und da, Glückstreffer. Zwei Bögen von Louis Gain, also von der zweiten Expedition. Wie toll diese Exemplare erhalten sind. Kannst du die Schrift auf der Etikettierung lesen? Nein, aber ich glaube, es ist die von Scott Berg. Richard Moe hat es 1978 weiter bearbeitet. Diese späteren Beschriftungen zeigen, dass die von Charcot mitgebrachten Algenfragmente von besonderer Bedeutung waren. Aus gutem Grund. Nach der Rückkehr von der Expedition wurden die Exemplare ans Museum übergeben und von dortigen Spezialisten untersucht. Es stellte sich heraus, dass einige Pflanzen der Wissenschaft noch unbekannt waren. Zum Beispiel ist der Gymnogongros Turqueti das Referenzstück, das der Beschreibung der Art diente. Wenn ein Wissenschaftler sich heute erneut mit dem Thema befassen will, muss er zuallererst diese Exemplare hier studieren. Auch die im Rahmen der Expeditionen von Charcot verwendeten Materialien stehen ihr zur Verfügung. Sie geben Aufschluss über die damaligen Konservierungsmethoden. Das ist wunderschön. Die berühmten Ampullen mit Planktonproben. Alle Zellen sind sehr gut zu erkennen, die sich am Boden abgelagert haben. Sie lassen sich wieder aufwirbeln und neu untersuchen. Aber für die Biologin befindet sich das Wichtigste in einer anderen Schachtel. Diese Objektträger zeugen davon, wie die Beobachtungen damals durchgeführt wurden. Das ist beeindruckend. Das Material ist über 100 Jahre alt. Aber selbst wenn es gestern gemacht worden wäre, gäbe es keinen Unterschied. Alle Merkmale der Pflanze sind erkennbar. Louis Guerin hat seine Exemplare auf der Grundlage dieser Plättchen bestimmen können. Manchmal existiert das Originalmaterial nicht mehr, mit dem die Beobachtungen gemacht wurden. Mit diesen mikroskopischen Präparaten können gewisse anatomische Strukturen, die zur Beschreibung der Arten dienten, neu untersucht werden. Heute können anhand dieser Proben Veränderungen in unserem Ökosystem festgestellt werden. Sie sind die Grundlage eines Verzeichnisses, das von heutigen Forschern fortgesetzt wird. Charcot steht in der Tradition der Forscher und Entdecker. Und dieser Forschergeist ist heute noch lebendig. Auch heute werden immer noch viele Expeditionen organisiert. Angesichts des fortschreitenden Verlustes der biologischen Vielfalt ist es dringend notwendig, die Arten zu beschreiben, bevor sie verschwinden. Es bleibt noch viel zu tun. Große Gebiete der Antarktis sind noch immer weitgehend unerforscht. Eine Vielzahl wissenschaftlich wichtiger Daten werden heute von Satelliten und dauerhaft besetzten Forschungsstationen am Boden geliefert. Insbesondere die atmosphärischen und meteorologischen Messungen, die Charcot und sein Team damals unter so großen Mühen und bei jedem Wetter durchführten und mit Instrumenten, die damals erstmals in diesen Breiten eingesetzt wurden. Die Berichte der Mission, veröffentlicht unmittelbar nach der Rückkehr von der Expedition, liefern hunderttausende Informationen, die den Spezialisten heute viel Bewunderung abbringen. Das ist wirklich Profi-Arbeit. Hier wurden Messungen des Atmosphärendrucks, der Lufttemperatur, der Feuchtigkeit, der Windrichtung und Schnelligkeit aufgezeichnet. Ein Heft mit stündlichen Angaben zum Aussehen der Wolken und ihrer Bewegung. Zu Niederschlägen, Regen, Schnee, Graupel. Nicht nur die Gründlichkeit und Regelmäßigkeit der Beobachtungen trugen zur Qualität der Daten bei, sondern auch die Apparate. Das Beste vom Besten, was die Technologie damals zu bieten hatte. Und hier ein Gerät der Marke Richard. Ein sehr schwerer Apparat, der Luftdruckschwankungen präzise messen und aufzeichnen konnte. Feuchtigkeit wurde mit dem H-Hygrometer gemessen. Wind mit einem Anemometer von Robinson. Und die Sonnenstrahlung wurde gemessen mit einem Aktinometer von Michelson. Einige der Instrumente, wie dieses Messgerät für die direkte Sonnenstrahlung, waren eigens für die Expedition entwickelt worden. Charcot erzeugte damit eine beträchtliche Menge an neuen und präzisen Beobachtungsdaten zu den verschiedenen Aspekten des Antarktisklimas. Ohne zu ahnen, welche Bedeutung sie noch ein Jahrhundert später haben würden. Heute sind die von Charcot gelieferten Daten ein wahrer Schatz für Wissenschaftler, die den Klimawandel erforschen. Ich bin Klimatologe und interessiere mich dafür, wie sich das Klima in den letzten 100 Jahren verändert hat, um unser aktuelles Klima und künftige Veränderungen in einen langfristigen Kontext zu bringen. Die Arbeit von Charcot ist für uns sehr interessant. Hier haben wir zum Beispiel die Daten von Charcot's zweiter Expedition von 1908, die ganze Route von Frankreich bis zum antarktischen Kontinent, wo sie auf der Petermann-Insel ihr Basislager errichteten. Wir haben Beobachtungsdaten vom Schiff selbst und von der Wetterstation, die sie auf der Insel errichteten. Das ist der blaue Punkt. Anhand dieser Daten haben wir eine Simulation des Wetters erstellt. Diese Datensynthese zeigt uns auf bestmögliche Weise, wie die Wetterverhältnisse in der Antarktis vor 100 Jahren waren. Und wir können damit Modelle testen, mit denen wir das Klima der Zukunft prognostizieren. Die Pionierleistung des Polarforschers ist also immer noch top aktuell. Charcot trägt dazu bei, die Veränderungen in der Antarktis besser zu verstehen. Einer Schlüsselregion für die Regulierung unseres Klimas. Doch damals gilt Charcot vor allem als der Mann, der Frankreichs Engagement für die Polarforschung wieder erstarken lässt. Er nutzt seine Beliebtheit, um schnell eine dritte Expedition zu planen. Ende 1911 sorgen die Südpol-Eroberer für Schlagzeilen. Und das Rennen zum geografisch südlichsten Punkt der Erde gipfelt in einer tragischen Episode. 14. Dezember 1911. Der Norweger Amundsen und vier Kameraden erreichen, nachdem sie 34 ihrer 52 Hunde opferten, um nicht zu verhungern, endlich den geografischen Südpol. Sie stellen die norwegische Flagge auf und kehren ohne Schwierigkeiten zurück. Ein Monat später treffen Robert Scott und seine Leute ein und finden eine Nachricht von Amundsen vor. Sehr geehrter Kapitän Scott, da Sie wahrscheinlich der Erste sind, der nach uns dieses Gebiet erreicht, möchte ich Sie freundlich bitten, diesen Brief an König Horkon VII weiterzuleiten. Sollten die Ausrüstungsgegenstände Ihnen von Nutzen sein, zögern Sie nicht, sie zu nehmen. Ich wünsche Ihnen eine gute Rückkehr. Der Rückweg war furchtbar. Der Herbst kam. Wir wissen heute, dass der Herbst in diesem Jahr zu den kältesten des 20. Jahrhunderts gehörte. Scott und seine Gefährten litten an starken Erfrierungen. Berühmt ist das Schicksal von Captain Oates, der sich opferte, als er begriff, dass er sterben würde, da er schwerste Erfrierungen am Bein hatte. Er sagte, ich gehe raus und werde etwas länger brauchen. Und er ging hinaus in den Schneesturm und kehrte nie mehr zurück. Scott und seine vier Gefährten starben auf dem Rückweg vom Südpol. Und ich weiß, dass Charcot Scott getroffen hatte, als dieser seine Motorschlitten in den französischen Alpen testete, bevor er sie in die Antarktis mitnahm. Er schätzte Scott, respektierte und mochte ihn. Und Charcot ließ für Scott eine Gedenktafel in den Alpen errichten. Ich denke, das war ein Ausdruck der Wertschätzung gegenüber seinen Polarforscher-Kollegen. Das goldene Zeitalter der Polerforschung neigt sich dem Ende. Territoriale Eroberungen gelten als überholt. Aber es gibt noch viel zu tun für die Wissenschaft. In Frankreich legt jedoch der Krieg den Forscherdrang abrupt auf Eis. Die Pourquapar wird hastig nach Cherbourg gebracht und entladen. Charcot wird als Marinearzt eingezogen. Jean-Baptiste Charcot mag es nicht, an einen Ort gebunden zu sein. Er braucht Action, braucht die Entdeckung. Er hatte die Idee, Schiffe so umzurüsten, dass sie schwere Bewaffnungen hinter falschen Decksaufbauten verbargen und somit wie normale Handelsschiffe aussahen, um sie zur Bekämpfung deutscher U-Boote einzusetzen. U-Boote wurden gleich zu Beginn des Ersten Weltkrieges eingesetzt. Am 22. September 1914 torpediert ein U-Boot drei britische Kreuzer in der Nordsee. Im Mai 1915 wurde der Passagierdampfer Lusitania versenkt. 1200 Menschen kommen ums Leben. Charcots Plan stößt bei der britischen Admiralität auf Interesse, die den Bau von falschen Handelsschiffen vorantreibt, ausgerüstet mit Waffen und Abhörsystemen. Ein solches Schiff befehligt er im unruhigen, nebligen Meer bei Schottland. Allerdings kreuzt die Route zu keinem Zeitpunkt die eines U-Bootes. Der ersehnte Kampf findet niemals statt. Aber immerhin bringt ihm sein Einsatz nach dem Krieg eine schnelle Beförderung zum Kapitän. Mit diesem Dienstgrad befehligt er künftig die Pur-Koapar und seine Besatzung, die nunmehr aus Marinesoldaten besteht. Von nun an wird sein Schiff jedes Jahr von der Marine mit Vorräten und Ausrüstung für seine Sommerexpeditionen beladen. Eine zwar willkommene staatliche Unterstützung, die aber auch mit Auflagen verbunden ist. Denn fortan sind seine Fahrten auf wenige Monate begrenzt. Charcot arrangiert sich und ändert die Kursrichtung. Statt in die Antarktis führen seine Reisen von nun an in den hohen Norden. Er führt immer mehr Messgeräte mit sich, häuft über zehn Jahre hinweg Unmengen an Informationen über die Meere der nördlichen Erdhalbkugel an und widmet sich der Erforschung der Grönlandfjorde. Erneut ist er seiner Zeit voraus und entwickelt Instrumente, die als Grundlage der heutigen Ozeanographie gelten. Der Wettlauf zu den Polen ist für ihn nun eine längst abgeschlossene Sache. Dennoch ist er bald in eine der letzten Tragödien ihrer Eroberung verwickelt. 1928 versucht der Italiener Nobile, den Nordpol mit einem Zeppelin zu überqueren und verschwindet im Nebel. Frankreich beteiligt sich mit anderen Ländern an der Suche und schickt ein Flugzeug los, in dem der Norweger Amundsen Platz nimmt. Aber auch dieses Flugzeug verschwindet wenige Stunden nach dem Start. Unterdessen wird Nobile gefunden, aber von Amundsen fehlt jede Nachricht. Charcot wird angefragt, wegen seiner Erfahrung in der Eismeerfahrt. Die Suche beginnt an der Westküste Grönlands. Charcot, der unter dem Kommando der Marine steht, erhält den Befehl, am Rand des Packeises zu bleiben. Dort, wo keinerlei Chance besteht, irgendetwas zu finden. Wie dumm das alles ist. Und es dient einzig und allein dem Zweck, der Öffentlichkeit zu zeigen, dass Frankreich sich an der Suche beteiligt. Ich dachte wirklich, mehr wert zu sein, als das und für einen edleren Zweck eingesetzt werden zu können. Charcot muss diese gefährliche und hoffnungslose Irrfahrt mehr als zwei Monate lang fortsetzen. Die Leichen von Amundsen und der Besatzung wurden nie gefunden. Der traurige Vorfall bestärkt Charcot's Überzeugung, nie mehr etwas Nützliches tun zu wollen. Inzwischen ist er 59 Jahre alt und hat damit die von der Marine festgelegte Altersgrenze erreicht. Künftig wird ihm auf seinem Schiff ein Kapitän zur Seite gestellt. Was also unternehmen, um das Wissen über die kalten Regionen auszuweiten? Und vor allem, wie kann das Land noch stärker daran beteiligt werden? Die Gelegenheit bietet sich ihm 1930, als die wissenschaftlichen Instanzen mehrerer Staaten sich in Stockholm versammeln und die Durchführung des zweiten internationalen Polarjahres beschließen. Ziel ist es, die Mittel der Mitgliedsländer zu bündeln, um die Erforschung der Polargebiete voranzutreiben. Charcot reist umgehend nach Schweden und erreicht, dass Frankreich mit der Erkundung Grönlands betraut wird, mit der des gewaltigsten seiner Fjorde, dem Scores Busson. Mit der Pour-Cour-Pas begibt er sich an Ort und Stelle, inspiziert den Standort und organisiert im folgenden Jahr die Errichtung dieser beeindruckenden französischen Forschungsstation. Das zweite internationale Polarjahr ist die Krönung seines Werks. Denn dank Charcot wird Frankreich eine Forschungsstation an der Ostküste Grönlands errichten, am Scores Busson. Das war wichtig, denn diese wissenschaftliche Kooperation zeigte, dass die Länder ihre verschiedenen Forschungsergebnisse miteinander vergleichen konnten, wenn sie zusammenarbeiteten. Viele Daten wurden im Bereich der Wettervorhersagen gesammelt, die damals noch in den Kinderschuhen steckten. Verlässliche Prognosen waren wichtig für die Seeschifffahrt, aber auch für die beginnende Luftfahrt, sowie für den Fischfang, besonders in den Polarregionen. Das Ereignis ist entscheidend für Frankreichs Engagement für die Polarforschung und ebnet den Weg für eine ganze Reihe großer Forscher, deren berühmtester Vertreter Paul-Émile Victor ist. Charcot, c'est le Patron. Sans Charcot, aujourd'hui n'y aurait pas d'expédition polaire française, en tout cas sous la forme, actuelle celle que j'ai créé en 1947. Der berühmte Forscher weiß, wovon er spricht. Tatsächlich verdankt er Charcot den Beginn seiner Karriere. 1934 will Paul-Émile Victor, der gerade seinen Abschluss als Ethnologe gemacht hat, die Kultur der Inuit in Grönland studieren. Aber wie soll er dorthin gelangen? Er wendet sich an Charcot. Er hat sich an Charcot, die ich sehr gut kennenlernen, er hat sich an, wie ich mich erinnere. Und im Januar 1934 bin, ich bin alli, an diesem Tag, wie ich so klein wie möglich bin. Ich habe gesehen, dass Charcot, die ich sehr gut kennenlernen, und ich habe gesehen, seine Augen auf mich, und ich bin direkt zu mir. Ich habe mir gedacht, wie er kann mich erinnern? Er hat mich nicht gesehen, das war nicht schwierig. Ich war der einzige, dass ich 25 Jahre alt bin. Enfin, ich habe weniger 70 Jahre, oder so ungefähr. Mögen 60 Jahre, sagen wir mal. Er hat gesagt, wie ihr wollt, was ihr wollt? Ich erkläre mir, dass mein Projekt mit zwei oder drei Kameraden war, um ein Jahr zu gehen, auf den Grönlanden, nach Angmasalik zu gehen. Er sagte mir, ihr habt ja nicht mehr zu Angmasalik. Ich gehe auf Skoresbisun, das ist ungefähr 500 Kilometer mehr als Nord. Ich n'arrête es nur 48 Stunden. Er sagte mir, wenn wir nicht an Angmasalik sind, ich weiß nicht wie wir kommen, wir haben nicht genug Geld. In der Realität, wir haben nicht mehr Geld. Und das ist das, was mir sehr beeinflusst hat, was mir sehr beeinflusst hat, was mir sehr beeinflusst hat. Er hat mich sehr beeinflusst hat. Er hat mir einen Moment gesehen. Ich hatte meine Gorge, ich wusste nicht, ich wusste nicht, ich wusste nicht, ich wusste nicht. Ich wusste nicht, ich wusste nicht. Und dann habe ich ein bisschen Schreiber in seinen Augen. Er hat mir die Hand auf meine Epaulette und gesagt, » Eh bien, ihr habt, mein Petit? Ich habe ihn. Und er hat alles erklärt. Wie versprochen, setzt Charcot Paul-Emile Victor und seine drei Kameraden in Amasalik in Grönland ab, wo sie mehr als ein Jahr in einer Inuit-Siedlung leben. Die Zusammenarbeit der beiden Männer setzt sich fort. 1936 holt Charcot Paul-Emile Victor nach seiner Hundeschlittenfahrt durch Grönland wieder ab. Er nimmt den Forscher und eine komplette Inuit-Familie mit ihren Hunden mit an Bord. Es geht darum, die ganze Truppe weiter nach Norden zu bringen, wo Paul-Emile Victor ein weiteres Jahr mit seinen neuen Freunden verbringen will. » 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 beinahe Orkanstärke erreicht hat. Kurz vor drei Uhr morgens sehen wir in der Ferne ein Licht aufleuchten. Hoffnung, vielleicht ist es der Leuchtturm von Agranes. In Wirklichkeit nähert sich das Schiff einem sehr gefährlichen Riff an der Mündung des Borga-Fjords. Es herrscht Flut und die starke Strömung lässt das Schiff immer weiter Richtung Küste abdriften. Fünf Uhr. Der Morgen dämmert. Das Meer ist entfesselt. Plötzlich ertönen Schreie vom Oberdeck. Ringsherum tauchen in den Wellen Klippen auf, die über die Wasseroberfläche emporragen. Fünf Uhr fünfzehn. Ein fürchterliches Krach. Die Pur-Koapar wird gegen einen Felsen geschmettert, neigt sich zur Steuerbordseite. Und eine riesige Welle fegt darüber hinweg, die den Oberbootsmann Le Guin mitreißt. Aber sie richtet sich ohne Leck wieder auf. Das Schiff ist unbrauchbar geworden. Der Kommandant gibt allen den Befehl, an Deck zu gehen und die Rettungsskurte anzulegen. Raus aus der Hölle. Der Befehl lautet, auf beiden Seiten die Anker herunterzulassen, um das Abdriften zu verhindern. Vergebliche Mühe. Fünf Uhr fünfundvierzig. Das Schiff läuft auf einem Felsen auf. Der Kommandant lässt die übrigen Hilfsboote zu Wasser. Doch sie kentern sofort oder zerschellen am Riff. Das Heck sinkt in die Tiefe. Charcot, ohne Rettungsgurt, steht noch immer aufrecht auf dem Oberdeck. Er befreit eine kleine Möwe, die wenige Tage zuvor auf dem Schiff Unterschlupf gefunden hatte. Steuermann Gonideck stürzt ebenfalls ins Wasser. Er hört Charcot rufen, meine armen Kinder. Dann hört er nichts mehr. Es ist sechs Uhr morgens. Als Gonideck wieder zu Bewusstsein kommt, ist er von isländischen Bauern umringt, die ihn gerettet haben. Er ist der einzige Überlebende von 40 Männern, die ihn dieser Nacht auf dem Schiff waren. In Reykjavik herrscht große Betroffenheit. Andächtig werden die Särge zur katholischen Kirche getragen. Ich war sechs Jahre alt, als das Unglück passierte. Ich werde das nie vergessen. Ich habe es wie einen Film vor Augen, den Trauerzug von der Kirche bis zur Straße. Schalcot war im ersten Leichenwagen und wir Kinder haben das gesehen. Danach kamen ganz langsam die anderen Wagen. Hunderte Menschen standen mit gesenkten Köpfen am Straßenrand. Das hat einen tiefen Eindruck beim isländischen Volk hinterlassen. Dieses Unglück. Alle Leichen werden nach Frankreich überführt. Außer denjenigen, die das Meer später an Land spült. Sie ruhen in isländischem Boden. In der Mitte der Kirche und der Hauptsache, die Dr. Charcot und die 21 Mitglieder der Kirche sind in Notre-Dame. Die 22 Köln sind in der Kirche, die in der Kirche sind auf der Kirche, die in der Kirche getragen wurde. Scharco wird anschließend auf dem Friedhof Montmartre bestattet. Jean-Baptiste Scharco hat seinen Traum verwirklicht. Er hat Frankreich zu einer wahren Polarnation gemacht. Seine Arbeiten wirken in den Wissenschaftsinstituten bis in die Gegenwart hinein. Aber seine Geschichte will auch an Scharco als Menschen erinnern. An seine Art, Abenteuer und wissenschaftliche Neugier zu verknüpfen, zusammen mit dem Wohlwollen gegenüber allen, die sein Berg weiterführten. Das ist wirklich sehr typisch. Ich liebe dieses Foto. Genau so war er. Er sieht so zufrieden aus, mit der Katze auf seiner Schulter, wie er sie an sein Herz drückt. Er ist glücklich. Das ist doch ein glücklicher Mensch. Einfach wunderbar. Das ist doch ein glücklicher Wohlwollen. Das ist doch ein glücklicher Wohlwollen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.